Hi da, was geht ab? Ich drehe noch ein Video und fange das Hauptsport hier. Ich hatte eigentlich ein anderes Video geplant für morgen und jetzt, also jetzt ist irgendwas dazwischen gekommen und zwar Safari Zone Dortmund wurde angekündigt. 30. Juni, 1. Juli. Ich werde am Start sein. Das muss ich jetzt noch hochladen und einen Stream dazu machen. Deswegen jetzt dann noch ganz kurz und knapp das Video für heute. Latias Ausbeute. Heute letzter Tag Latias. Am 8. Heute ist eigentlich der 8. Also heute ist der 7. Aber für euch ist es der 8. Ihr müsst eigentlich Latias kommen. Aber die Sachen kommen ja zu uns immer um 22 Uhr. Und um 22 Uhr, warte mal, Shane Makuita? Nein. Aber um 22 Uhr gibt es natürlich keine Rates mehr bei uns. Oder wenn dann nur noch welche, die auslaufen. Das heißt Latias ist erst am Mittwoch bei uns. Und 100% 2082. Merkt euch diese Zahl. Da könnt ihr auch direkt den Unterschied sehen. 2029 zu 2082. Schreibt unten in die Kommentare, wie gut euer bestes Latias ist. Weil das schauen wir uns jetzt heute an. Meins leider nicht so. Es ist in Ordnung. So. Ich habe viele gesehen mit 100er Latias 1929. Ich habe viele gesehen mit 1929. Und mir fällt gerade ein. Ich glaube, ich habe gesagt 2029 gerade eben. Im Vergleich zu Latias. Also Latias 100% hat 2082. Und Latias nicht 2029, sondern 1929. Also da seht ihr echt den Unterschied von der Stärke her. So. Mein bester immer noch 1917. Mir ist ein 96er geflohen. 1922 war der, glaube ich. 15 Angriff. 1923. Ja genau. Und das ist jetzt der beste 1917. 15 Angriff. 164 Bonbons. Man braucht 248. Das heißt, mir fehlen noch 84. Und verschicken könnte ich 2, 5, 8, 11, 13, 17. Also mir fehlen eigentlich noch ein paar. Morgen. Also für euch heute. Könnte ich noch ein paar machen. Schauen wir mal. Vielleicht kriege ich noch ein besseren. Sehr unwahrscheinlich. Ich weiß nicht mal, ob ich einen schaffen werde. Hoffentlich kommen noch ein paar. Ich würde echt noch gerne mehr machen. Am Wochenende hatte ich vor, ein paar zu machen. Aber leider ging sich das nicht aus. So. Normalerweise pushe ich ja immer dann das Pokémon. So wie Lugia letztens. Aber und Rai Quasa davor. Aber von dem habe ich erstens noch nicht genug Bombons. Ich habe beim Doppelbombom-Event leider nicht genug von dem gemacht. Habe ich ein bisschen geschwächelt. Hätte ich echt jetzt im Nachhinein gerne mehr gemacht. Aber wir sehen gleich mal nach, wie viel ich gemacht habe. Und wie gesagt, nur der 93er. Ich denke Latias kommt demnächst irgendwann mal wieder. Und dann vielleicht irgendein Moment, wo dann wieder beide da sind. So ähnlich wie bei Godon und Kyogu, wo dann beide da waren. Könnte ich mir dasselbe bei Latias und Latios vorstellen. Dass erst mal Latios jetzt kommt. Und dann wieder einen Moment, wo beide da sind. Also ich glaube, ich habe noch eine Chance. Deswegen warte ich mit dem Bullschen noch. Mach dann, wenn er wieder da ist. Und ich hoffe, er kommt bald wieder. Und kriege dann hoffentlich noch einen besseren. Aber schauen wir mal erstmal, wie viel ich überhaupt gefangen habe. Und wie viel ich überhaupt gemacht habe. Relativ viel, aber jetzt auch nicht übertrieben viel. Wie gesagt, ich hätte gerne mehr mitgemacht. Jetzt am Wochenende die zwei Tage. Vor allem mit dem Event. Mehr EP, mehr Sonderbombos. Aber war nicht so viel los, leider. So. 60 gemacht, 37 gefangen. Quote zwei Drittel. Gar nicht so schlecht. Ungefähr zwei Drittel. Bisschen schlechter. Bin ich zufrieden. Kyogu habe ich das Doppelte gemacht. Godon auch ungefähr so viel. Aber bei weitem mehr gefangen. Aber paar mehr gefangen. Ah, das überrascht mich. 44. Warte, wie viel habe ich hier? 37. Ja. Gar nicht so viel mehr. Obwohl ja doch. Quote ist doch schon deutlich besser. Aber gefühlstechnisch habe ich das Gefühl, eigentlich, dass Godon viel leichter zu fangen war. Aber jetzt so von der Statistik her, gab es gar nicht so einen großen Unterschied. Da habe ich quasi einfach 163 gemacht. So. Das war es eigentlich auch schon leider mit dem Video. Wie gesagt, ich hatte was anderes vor. Hatte noch anderes Material. Aber es ist halt dieses GoFest und Safari Zone Dortmund dazwischen gekommen. Und die Tatsache, dass ich jetzt das Latias halt nicht pushe. Ich mache das Video auch noch mal ein bisschen kürzer. Aber schreibt uns in die Kommentare, wie gut euer bestes Latias ist. Und ob ihr euch jetzt auf Latias freut. Wie gesagt, 2082. Aber das war es von mir. Wie mal liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen wie es so ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Und vergesst nicht, Poco und CS Business.